Einen habe ich. Nein, ich brauche die Teile. Ich will die Teile haben. Ich habe die zugemacht. Wo waren wir? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Cube World mit der Mary. Die ist auch wieder am Start. Und eben kurz vor der Aufnahme wurden wir hinterhältig von einem, ich glaube von einer Hexe. Also ich wurde von einer Hexe umgebracht. Von wem wolltest du? Ich auch. Ja, also diese Hexen heutzutage sind echt unverschämt. Und naja, deswegen haben wir hier gestartet oder sind wir hier gestartet an dieser Statue. Nicht, dass ihr euch wundert. Und wir sind immer noch auf dem Weg zu den Curlin Mountains. Also immer Richtung Südwest. Ja, und... Hat es irgendwo klingelt? Nein. Echt nicht? Nein. Bei dir? Weiß ich gerade gar nicht. Na egal, Aufnahme geht vor. Ähm... So, ich werde jetzt erstmal den Gnobold vernichten. Zack, 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 zack. Warte auf mich. Ja, also Leute, falls ihr ein Klingeln bei mir gehört habt, dann schreibt mir die Kommentare. Dann kann ich vielleicht nochmal die Tür öffnen, irgendwann. Ähm... Ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin und wo bist du? Oha, der bringt mich um. Wer ist der? Der Gnobold. Okay, ich werde glaube ich auch gerade umgebracht. Oh ja, Mist. Ähm... Ich hau einfach ab. Einfach abhauen. Wird schon schief gehen. Immer Richtung Südwest. Ja, da kann nichts passieren. Nie nach hinten gucken. Einfach rennen. Ey. Verfolgen gefallen. Zack, Haut... Hautflower. Äh, Heartflower. Mitgenommen. So, ja, du bist hier hinter mir, sehr gut. Finde ich auch rot. Ich schaue ein wenig auf die Karte. Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Halleluja. Such mich. Oh, Achtung. Soll ich dich suchen? Nö. Achso. Bin gerade wieder vom... Bin gerade wieder runtergefallen. Pass auf, da ist irgendwo so ein fetter... So ein Stierbull. Ein amerikanischer Stierbull. Kleiner Insider. Cotton Plant. Oh, hallo. Hallöle. Wo wollen Sie denn hin? Äh, zu den Mountain Stars. Oh, wie heißen die? Die Curl and Mountains, ja. Ja, genau die. Nett. Nett. Sehr nett. Das ist so ein Zufall. Oh, ja. Ich kann sie jetzt schon sehen. Trottel. Trottel. Nee, das war mit Absicht. Ich fall doch nicht einfach... Ich fall doch nicht einfach den Berg runter. Bin ich blöd? Nein. Geplant. Also... Mensch. Achtung, da sind Undeads. Undeads? Ich greife sie an. Undeads? Sie greifen alle mich an. Oh. Bin tot. Echt? Und jetzt greift mich schon wieder jemand an. Der ist voll dumm. Ja, also die Curl Mountains habe ich auch gehört. Das soll hier so ein mieses Land sein. Lass mich in Ruhe. Zack, beide weggekickt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wo bist du? Äh. In einem weit, weit entfernten Land. Nein, ich brauche die Teile. Ich will die Teile haben. Ich habe den Kuss gemacht. Wo waren wir? Wo waren wir? Wo waren wir? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wo waren wir? Bin hier auch gerade erst gestartet. Er hat richtig gute Sachen. Die wollte ich haben. Los, Philippon. Ich werde verfolgt von uns zum komischen Viech. Hey, wo waren wir denn? Dein Hase vielleicht? Wir waren noch hier irgendwo. Ey, ich werde auch verfolgt von so einem komischen Viech. Ich muss es finden. Alter, hör auf. Wo waren wir? Äh, Leute, schreibt in die Kommentare. Wo waren wir? Okay, ich gebe es auf. Hast du gerade genießt? Nein. Okay, dann ist es egal. Halt auf. Ihr blöden Viecher. Sind die stark? Nö. Du stirbst. Wäre echt cool, wenn du helfen könntest. Ah! Brauche ich denn nur einen Heiltrang? Ja, sehr gut. Ich rate dich. Oh Gott. So, und wo lagen jetzt die ganzen anderen Sachen? Ich hatte so viele schöne Sachen, ey. Ich habe einen umgebracht, in dem Moment, wo ich auch umgebracht habe. Da kamen richtig viele Sachen rausgedroppt. Aber schade. Ja, cool ist es, aber schade. So, wir sind gerade nur erst am Randgebiet der Köln Mountains. Ich würde mal sagen, wir besteigen diese Klippe. Und auf der anderen Seite erwarten uns dann wahrscheinlich die richtigen Viecher. Ich mache mal kurz noch schnell drei Heiltränke. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich habe einen, nur noch. Okay. Und ich kann mir auch keine mehr machen. Hallo. Hoi. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Wieso? Gib mir Brot. Oh, da ist ein Dracula-Viech. Ich renne erst mal weg. Ich renne erst mal weg. Also, das ist hier gar nicht kubelt, sondern das ist, let's rennen weg. Let's run away. Uh, ich rette mich auf einen Baum. Alter. Hört auf. Hier sind Geister. Geister, Geister. Weißbrot. Oh, ey, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Lass mich in Ruhe. Baumjumping. Eww. Ich habe die getötet. Geil. Ja, super. Oh, und die haben mich getötet. Das geht nicht. Ah. Let's run away. Hä? So. Ich erklimme die Klippe. Ich muss wieder zu dir. Wo bist du? Ich erklimme. Achso, du bist da. Ich kletter wie ein Weltmeister. Hä? Boah, ey, wenn wir jetzt ein Gleiter hätten. Wir könnten auf die Wolken. Da bist du, hallo. Oder? Ja, richtig krass, ey. Auf die Wolke da, ja, vielleicht. Das ist lustig. Schade. Müssen wir uns merken. Current Mountains können wir privat nochmal hingleiten. Ja. Und dann, ja, dann werden wir da mal ein bisschen rum. Weiß ich gar nicht, was wir über die Wolken wollen. Also auf einer Wolke sein ist doch geil, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt hier klappt. Wollte ich schon immer mal machen. Da hinten ist ein Geist. Ich logge den mal an. Den habe ich getötet. Ich habe drei davon getötet. Ja, der ist ja nicht so stark. Kommt der hier hoch? Wie viel XP? Ach, nur ein. Schade. Also es ist so eine Masseviech, was wir massenhaft umbringen müssen. Hm. Oder? Ne, 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 ne. Da ist dieser... dieser Böse. Der ist ein Böse. Was müssen wir hier überhaupt machen? Ähm, ich glaube Curlman's. Also das hier ist nur so... Das hier ist nur so ein, ähm... Wie heißt das? Nur so eine Art... Art Ort. Also das ist nichts Bestimmtes. Also wir müssen hier keinen Endgegner, glaube ich, besiegen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es hier auch so eine Art Endgegner gibt. Der... Ja. Ja. Und du leistst voll voll viel hinweg. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn du mir helfen kannst. Ja, mach ich ja. Ich bin tot. Der hat einmal seinen Special Attack rausgeholt und dann... Puh! War ich weg. Cupid ist voll brutal, Mann. Ja, Mann, also so Siedler... Mann, der hat ein Schild. Siedler 7... Siedler 7 können wir echt mal spielen. Das ist dann wenigstens ein bisschen entspannter, so ein bisschen ruhiger, ne? Ähm... Ja. Nein. Geht. Geht? Na ja, dann verbünden wir uns. Also wir machen dann... Wir beide gegen einen Computer gehen und dann verbünden wir uns. Oh, ich werde verfolgt. Von einem Lemon Beetle. Oh, ich fliehe und ich fliehe. Nein, die greifen mich gleich alle an. Was? Das Leben hat keinen Sinn mehr. Jump! Okay, ich sterbe. Ich bin gestorben. Und die greifen mich schon wieder alle an bei diesem Dingpunkt. Und ich bin mitten im... Wir sind einfach zu schwach. Wir sind einfach zu schwach. Ich bin mitten im Getummel rausgekommen. Getumau? Wo bist du? Ich bin... Äh... Hier irgendwo. Am... Wie immer am Klettern. Hä? Hä? Und ich kletter... Und ich kletter... Und ich kletter... Ah! Ich bin auch gleich tot gleichzeitig. Äh... Willst du auf dem Berg oder was? Ich will zu dir. Da war ich eben tot. Uh! Ich seh dich aber, dass du da bist. Also bei mir siehst du aus, als wärst du auf dem Berg. Ja. Hallo. Ah, siehst du? Hallo. Habe ich dich gefunden. Mhm. Und... Ich hätte gerne nochmal so eine kleine Soup. Wenn sich denn das Fenster öffnen würde. So. Gluck, gluck, gluck. Ach ja, lecker. Lecker so eine Suppe. Das ist jetzt mein letzter... Nein, dein letzter Gummibärchensaft. Ja. Ich habe auch noch eins. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir no Chance, oder? No Chance? No Chance. Weil hier über diese Blinderten und Toten sind. Komm, Curl & Mountains ist nix für uns. Auch wenn das hellblau ist und, äh... Eigentlich unter unserem Level ist. Ja, lass mal wieder weg. Wir haben's versucht. Kleinen sind ein paar Kühe. Kühe sind schon eher was für uns. Ja, Kühe. Die wehren sich wenigstens nicht so stark. Aber irgendwann kommen wir wieder. Ja, man, irgendwann. Oh, 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 oh. Hau ab, hau ab. Da ist ein Lemon Beetle. Lemon Beetle. Jump, jump, jump. Ja, ich glaube, der ist mir gefolgt. Ja, der ist dir gefolgt. Aber wie er dir gefolgt ist. Oh. Hey. Oh, nee. Ah, Cube World. Ein Busch. Verfolgen wir den so? Ja, der eine verfolgt sie. Verfolgt dich noch. Dahinten sind noch welche, also nicht in deren... In deren Reichweite. Da links sind welche. Hey, wo sollen wir denn sonst sehen? Ey, hier ist echt übertrieben. Hier waren echt viele. Manchmal ist es so, hier in Cube... Oder sind ein paar Hexen. Manchmal in Cube World ist es so, da findest du... Minuten lang... Kilometer lang keinen einzigen. Und dann auf einem Haufen einfach alle. Da läuft so ein blaues Ding rum. Ein blaues Ding? Achso, so ein Peacock. Hm. Sehr schön. Sehr schön. Blü, blü. Noch ein paar mitnehmen. Okay. Boah, ich kletter jetzt auf den Baum, wenn ich's hinkriege. Ja, die sind so ein bisschen wie so eine Wendeltreppe aufgebaut. Müsste ich, ich bin runtergefallen. Oh nein, ich bin wie ein Level runtergefallen. Nein, ich bin am Boden. Der Tatsachen. Oh, wir werden verfolgt. Aber ich nicht. Das ist ein Kumpel. Das ist ein Kollege. Ein Kollege The Boss. Ich glaub, hier kommt man nicht drauf. Worauf? Auf den Baum. Ich renne noch grad hoch. Und du auch? Geht nicht. Wieso nicht? Deswegen vielleicht. Das bringt nicht. Darf ich für oben? Oben sein. Nein. Mist. Nicht. Wer schafft, kriegt ein... Weiß nicht. Einen Daumen hoch von irgendeinem Zuschauer. Yo. Genau. Nein. Ah, 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 ah. Boah, das ist richtig mies, das gleichwillig zu halten. Ja, ich hab's geschafft. Oh Mann. Nein, das war so eine Rundumsicht, hab ich irgendwie gemacht. Ähm, so. Ich bin es. Ich würde mal sagen, Ah, das hier auf dem Baum, du versuchst noch ein bisschen, ja, und fällst ein bisschen dabei hin, ist der perfekte Moment, um einfach mal zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und das wird jetzt erstmal die letzte Folge sein von uns beiden mit Cube World. Unser kleines Abenteuer ist hier zu Ende. Ich weiß, wir haben nicht eine Menge erreicht, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht sogar noch mehr davon sehen wollt, oder vielleicht irgendwann mal Siedler 7, wer weiß, irgendwelche Spiele, die wir gemeinsam spielen, dann bewertet doch das Video, schreibt Kommentare, abonniert mich. Und dann hätten wir wirklich richtig Lust, nochmal was gemeinsam zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft die Videos gekommen sind, vielleicht mal so zwischendurch, vielleicht alle zwei Tage, vielleicht mal so zweimal in der Woche. Und ja, das war euer Philly Boy. Und jetzt kommt nochmal die Marie. Yo. Finde ich auch. Bis dahin, auf Wiedersehen.